Der vierte Teil der aktuellen Reihe zur Zerstörung des Sozialismus widmet sich der verhängnisvollen Anmaßung 1988 von Friedrich August von Hayek, 1899 bis 1992. Hintergrund Die verhängnisvolle Anmaßung ist das letzte Werk von F.A. Hayek und erschien 1988, ein Jahr vor dem Zerfall der Sowjetunion. Nachdem viele andere Ökonomen wie Menger, Böhm-Bawerk und Mises bereits mehrfach gezeigt hatten, dass die einzelnen sozialistischen Theorien fehlerhaft und unlogisch sind, macht sich Hayek nun daran, auch die Grundannahmen des Sozialismus und damit den Sozialismus im Gesamten als fehlerhaft zu entlarven. Beim Schreiben des Buchs war Hayek fast 90 Jahre alt und von einer Krankheit betroffen, die dafür sorgte, dass er das Buch selbst nicht mehr zu Ende bringen konnte. Er übergab es dem Philosophen William Warren Bartley III. 1934 bis 1990, der das Buch für die Publikation editieren sollte. Es ist umstritten, wie viel Einfluss Bartley auf das Buch beim Editieren nahm oder ob er es nicht sogar selbst geschrieben hat. Über das Werk In seinem Werk legt F.A. Hayek eine Reihe von Irrtümern offen, denen der Sozialist unterliegt. Diese ergeben sich, weil der Sozialist einer verhängnisvollen Anmaßung dem Konstruktivismus unterliegt. Hayek greift damit nicht, wie viele seiner Vorgänger, die sozialistischen Theorien an, sondern die zugrunde liegenden Annahmen. Hayek geht es darum, die Ursache für all diese falschen Theorien anzugreifen. Die Irrtümer des Sozialismus, wie er sie nennt. Hayek zeigt dafür mithilfe eines evolutionären Ansatzes die Entwicklung von Freiheit und Eigentum in der menschlichen Geschichte auf. Anhand dieser Entwicklung zeigt er, wo der Sozialist sich irrt. Am Ende des Buches wirft Hayek noch einen Blick auf die Sprache, das Bevölkerungswachstum und die Rolle der Religion. Über den Beitrag In diesem Beitrag wird zunächst Hayeks Sicht auf die kulturelle Evolution präsentiert, ehe auf die verhängnisvolle Anmaßung und einige ausgewählte Irrtümer eingegangen wird. Es sei bemerkt, dass natürlich nicht jeder Sozialist jedem Irrtum unterliegt. 1. Ein evolutionärer Ansatz Die Entwicklung der Menschheit war laut Hayek weder den menschlichen Instinkten noch der menschlichen Fähigkeit zur Vernunft geschuldet. Vielmehr war es die Weitergabe von Kultur, Moral, Tradition und Regeln, die den Mensch zu dem machten, was er heute ist. Zu Beginn des Menschseins, als der Homo sapiens Gestalt annahm und er noch in kleinen Gruppen unterwegs war, zwangen die angeborenen Instinkte das Individuum dazu, mit seiner Gruppe solidarisch und altruistisch zu sein, um zu überleben. Individualismus und Eigentum gab es zu dieser Zeit noch nicht. Der Mensch war Teil eines Kollektivs. Den Naturzustand nach Thomas Hobbes, bei dem ohne Staat die Individuen ständig einen Krieg jeder gegen jeden führen, gab es nie. Zu irgendeinem Zeitpunkt begannen dann, so Hayek weiter, die Kollektive mehr zufällig als gezielt, unterschiedliche abstrakte Regeln zu entwerfen, die oft Instinktunterdrückung enthielten. Diese ermöglichten Individualismus und Überleben. Die Regeln wurden an die nächste Generation weitergegeben, veränderten sich aber auch. Im Laufe der Zeit entstanden so weltweit sehr unterschiedliche Systeme menschlichen Zusammenlebens. Überleben und Vermehren konnten sich die Gruppen, deren Regelsysteme zufällig geeignet waren. Andere Gruppen gingen unter oder waren gezwungen, die besseren Regeln zu übernehmen. Zweitens, zwei Moralsysteme. In diesem evolutionären Prozess bildeten sich nach und nach zwei verschiedene Moralsysteme heraus. Das eine ist das Kleingruppensystem, der Mikrokosmos, wie zum Beispiel eine Familie, und das andere das System der erweiterten Ordnung, der Makrokosmos, wie zum Beispiel eine Zivilisation. Hayek sieht diese Systeme zwar als widersinnig, aber gleichzeitig gemeinsam als überlebensnotwendig an. Während die Kleingruppe die menschlichen Instinkte befriedigt und somit für das grundsätzliche Überleben notwendig ist, sorgt die erweiterte Ordnung dafür, dass es der Kleingruppe allgemein besser geht und sie sich vermehren kann. Hayek ist der Ansicht, dass die Übertragung der Regeln eines Systems auf das andere dessen Zerstörung zur Folge hat. Der instinktgesteuerte Mensch ist für die erweiterte Ordnung völlig ungeeignet und Kleingruppen werden ohne das instinktive Verhalten nicht überleben können. Der Mensch muss also lernen, damit umzugehen, gleichzeitig in zwei verschiedenen und widersinnigen Moralsystemen zu leben. Als Beispiele für die erweiterte Ordnung nennt Hayek Zivilisation und Kapitalismus. Er sieht sie entsprechend nicht als das Produkt eines vernunftorientierten Gedankengangs, sondern als das Ergebnis von ungewollten, allmählich veränderten Moralvorstellungen, die über Generationen hinweg weitergereicht wurden. 3. Eigentum, Handel und Recht Wie bei der biologischen Evolution müssen die entstandenen Regeln der kulturellen Evolution nicht notwendigerweise besser sein als die vorherigen. Hayek sieht entsprechend etliche Hindernisse und Rückschritte auf dem Weg der kulturellen Evolution. Ob die Regeln sich als vorteilhaft erweisen oder nicht, zeigt sich nach Hayek besonders in der Durchsetzungsfähigkeit von entsprechenden Gruppen. Insbesondere die Überlebensfähigkeit und Vermehrung der einzelnen Gruppen zeigt, wie vorteilhaft die befolgten Regeln sind. Insgesamt erwiesen sich vor allem die Traditionen und Moralitäten als besonders vorteilhaft, die Eigentumsrechte gewährten und achteten. Die Wiege solcher Traditionen liegen im Mittelmeerraum. Hier finden sich die frühesten Nachweise von privatem Eigentum, zum Beispiel in den Handelszentren Korinth und Kartago. Die Folge war ein breites Netz an Handelsbeziehungen, bei der unterschiedlichste Kulturen im friedfertigen Austausch nebeneinander lebten. Neben dem Handel hat das Eigentum auch noch das Recht ins Leben gerufen. Wo es kein Privateigentum gibt, gibt es auch kein Unrecht, betont Hayek. Denn da alles Recht prinzipiell Eigentumsrecht ist, siehe Beitrag 4, kann es ohne Privateigentum auch kein Unrecht geben. Recht, Handel, Straßen und Kultur sind demnach alle in einer vorstaatlichen Zeit entstanden. 4. Die verhängnisvolle Anmaßung Der von Hayek dargestellte evolutorische Charakter der menschlichen Entwicklung durch die Weitergabe von Tradition, Moral und Regeln sowie die damit verbundene Entstehung von Handelsbeziehungen, Recht- und Bevölkerungsentwicklungen ist weitestgehend gesichert. Die sozialistischen Intellektuellen und Etatisten lehnen es allerdings ab, dass sich Gesellschaften nur auf diese Weise entwickeln können. Dies hat verschiedene Gründe. Den Hauptgrund sieht Hayek in dem Glauben an dem Konstruktivismus, dem zufolge der Mensch seine Umwelt nach Belieben gestalten könne, sowie in dem nachverwandten Scientismus, dem Glauben, man könne die Methoden der Naturwissenschaften auf die Gesellschaftswissenschaften übertragen. Diese Vorstellungen bezeichnet Hayek als verhängnisvolle Anmaßung. Ebenso trägt das Rüstzeug der Sozialisten, Rationalismus, Empirismus, Positivismus und Utilitarismus zu dieser Ablehnung bei. Diese Konzepte sorgen dafür, dass Intellektuelle diversen Irrtümern unterliegen und sie daher Evolution und Marktwirtschaft nicht verstehen können. Dadurch entstehen Ideen, die schädlich bis tödlich für die Menschheit sind. Hayek bezeichnet diese Ideen als Litanei von Irrtümern. Sozialdarwinismus lehnt Hayek ebenfalls ab, da auch dieser eine Reihe von Irrtümern unterliegt. Ein erster Irrtum betrifft die Prämissen der Konzepte Rationalismus, Empirismus, Positivismus und Utilitarismus. Hayek bezieht sich bei der Definition dieser Begriffe auf den Philosophen Anthony Quinton 1925 bis 2010. Diese sind im Wesentlichen identisch mit den aktuellen Definitionen. In allen Definitionen zeigt sich die Ablehnung von Logik und Moraltradition. Nach Hayek ist diesen Prämissen zufolge alles unvernünftig, was man nicht wissenschaftlich rechtfertigen oder durch Beobachtungen beweisen kann. Ebenso ist alles unvernünftig, was man nicht komplett versteht. Weiterhin ist es unvernünftig, einen Weg einzuschlagen, außer man hat dessen Zweck im Vorhinein genauestens bestimmt. Und ebenfalls ist es unvernünftig, irgendetwas zu tun, außer wenn dessen Wirkung im Vorhinein vollständig bekannt und beobachtbar ist und als vorteilhaft gilt. Wissenschaftlich vernünftig ist demnach nur das, was sinnlich erfahrbar und in Experimenten beweisbar ist, sowie was sich in seinen Konsequenzen als vorteilhaft herausstellt. Daraus resultiert die Ablehnung der Tradition. Allerdings, so Hayek, sei es die Tradition gewesen, die diese Konzepte erst ins Leben gerufen hat, wodurch sich diese Konzepte selbst ablehnen. Dennoch ist nicht jede Tradition von sich aus sinnvoll. Traditionen, die sich als schlecht erweisen, müssen Hayek zufolge abgelegt werden. 6. Der edle Wilde und die Vernunft Ein anderer Irrtum liegt in der Sehnsucht nach dem Leben des edlen Wilden. Diese ist für Hayek eine Hauptquelle kollektivistischen Gedankenguts. Der Freiheitsbegriff in Werken wie denen von Rousseau 1712 bis 1778 zeigt, dass oft vergessen wird, dass Freiheit nicht der Zustand des Individuums zu Beginn seines menschlichen Seins war. Das Individuum war Teil eines Kollektivs, aus dem es sich nicht lösen konnte. Erst Regeln und Traditionen ermöglichten Eigentum und damit Individualismus und Freiheit. Der Wilde war daher nie frei. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur war dadurch ausgeschlossen. Siehe Beitrag 8. Rousseau hingegen glaubte, die Regeln und Traditionen würden den Menschen einschränken. Ein weiterer Irrtum betrifft die Vernunft. Hayek kritisiert den Glauben, die Fähigkeit zum Erwerb neuer Fertigkeiten leite sich aus der Vernunft her. Vielmehr ist aber, das instinktive Nachahmen die zentralste Fähigkeit, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Die Vernunft selbst hingegen ist wie die Moral und die Tradition nur das Ergebnis eines evolutorischen Ausleseprozesses. Damit ist das Erlernen von Verhalten und Regeln vielmehr die Ursache für Erkenntnis, Vernunft und Verstehen, nicht das Ergebnis. Hayek erwähnt, dass ein Mensch nicht mit Verstand geboren wird, sondern ihn im Laufe des Lebens erwirbt. 7. Grenzenlose Freiheit Ebenfalls ein Irrtum ist die Annahme, es sei möglich, Freiheit ohne Einschränkungen zu genießen, was sich besonders in Bertrand Russells 1872-1970 Freiheitsdefinition »Nicht vorhanden sein von Hindernissen bei der Verwirklichung unserer Wünsche« zeigt. Eine unbegrenzte Freiheit, so Hayek, kann es allerdings nicht geben, da die Freiheit jedes Einzelnen an der unbegrenzten Freiheit aller anderen scheitert. Daher stellt sich für Hayek eher die Frage, wie sich größtmögliche Freiheit jedes Einzelnen sichern lässt. Aus den Erkenntnissen der kulturellen Evolution zeigt sich, dass die größtmögliche Freiheit sich durch gleichmäßige Einschränkung der Freiheit aller mit Hilfe von abstrakten Regeln verwirklichen lässt. Diese müssten verhindern, dass der Einzelne in den Freiraum anderer, zum Beispiel mit Zwang und Gewalt, eindringen kann. Der Staat ist entsprechend lediglich dafür zuständig, um genau diese Regeln durchzusetzen. Nur durch das Einhalten dieser Regeln kann ein Höchstmaß an Freiheit und Vielfalt ermöglicht werden. Das durch Zwang bewirkte Verfolgen gemeinsamer konkreter Ziele ist für Hayek hingegen mit Sklaverei gleichzusetzen. Das Befolgen von erlernten Regeln und Moraltraditionen sichert langfristig mehr Wohlstand für eine größere Zahl von Menschen, als es in durch Vernunft erzeugten Systemen überhaupt möglich wäre. 8. Dezentrales Wissen Auch beim Wissen unterliegen Konstruktivisten einem Irrtum. Sie glauben, dass das Wissen, was benötigt wird, um effizient zu produzieren, sich sammeln ließe. Allerdings kann der Einzelne einen guten Teil der Informationen, die er besitzt, nur nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Er kann sie nicht wiedergeben. Daher kann niemand einem anderen alles mitteilen, was er weiß. Genutzte Informationen werden sogar zum Teil erst in dem Moment eingeholt, in denen sie zur Entscheidungsfindung benötigt werden. Das nötige Wissen lässt sich entsprechend weder von einer Behörde noch von einem Computer sammeln. Wie Hayek erläutert, ist Wissen daher von Natur aus dezentral organisiert. Der freie Markt ist, wie bereits Mises zeigte, siehe Beitrag 8, das einzige Verfahren, bei denen sich die Marktteilnehmer über die Preise alle Informationen beschaffen können, die es braucht, um die Mittel möglichst effizient zu verwenden. Das Eigentum nutzt dem einzelnen isolierten Menschen damit wenig, da er nicht über das Wissen verfügen kann, um das Eigentum möglichst effizient einzusetzen. Daher bietet das Eigentum denjenigen, die es nicht haben, fast so viele Vorteile wie denjenigen, die es haben. Der häufig gemachte Vorwurf, Eigentum sei selbstsüchtig, weil es nur denjenigen nützt, die es haben, lässt sich entsprechend nicht halten. Zusammenfassung Hayek deckt in diesem Werk diverse fälschliche Annahmen der Sozialisten auf. Durch diese Irrtümer, denen Sozialisten und ähnliche Intellektuelle unterliegen, ist es ihnen verunmöglich zu verstehen, wie Marktmechanismen überhaupt wirken. Der erste Irrtum ist der Konstruktivismus, die verhängnisvolle Anmaßung, der Mensch könne die Welt um sich nach seinen Wünschen beliebig formen. Dazu gehören die Methoden des Positivismus, Empirismus, Rationalismus und die Ethik des Utilitarismus. Deswegen nimmt der Sozialist weitere Irrtümer als wahr an. So glaubt er an den edlen Wilden, das Bild eines Urzeitmenschen, der frei und eins mit der Natur war, und erkennt nicht, dass dieser Urzeitmensch in höchstem Maße unfrei war. Der Sozialist glaubt sogar, es gäbe überhaupt so was wie grenzenlose Freiheit und versteht nicht, dass die eigene Freiheit notwendigerweise bei der Freiheit des anderen endet. Auch überhöht er die Wirkmächtigkeit der Vernunft und glaubt, diese sei der Motor für Fortschritt. Doch in Wahrheit ist sie das Ergebnis des Fortschritts. Durch seinen Vernunftglauben verachtet der Sozialist die Tradition, obwohl sie den Menschen Freiheit, Handel und Recht gebracht hat. Auch glaubt der Sozialist, man könne Wissen zentral sammeln, obwohl Wissen stets dezentral ist. Aus all dem folgt, dass der Sozialist nicht verstehen kann, was Marktprozesse im Wesentlichen sind.